Trank der Schnelligkeit Zucker und Glowstone Gut, dann machen wir uns noch einen solchen Schwierigkeitsdrang Wenn er länger halten soll, dann Na ja, länger ist mir lieber Obwohl, schneller sein Ich kill gerade alles hier unten Enderman mit inbegriffen Mach das, Wasserflaschen Zucker und Glowstone hast du gesagt, oder? Oder Redstone, wenn er doppelt so stark sein soll, dann Glowstone Wenn er doppelt so lange, wenn er länger halten soll Das kann aber nicht beides, geht aber nicht beides Nee Schade Okay, dann heißt das für mich im Klartext So, ich habe jetzt Hast du das Wasser? Ah, Wasser genug Ich habe jetzt alle Mobs getötet und die da waren Wirkungslos Beat Was ist denn besser? Schneller sein oder länger schneller sein? Hängt davon ab, wie lang der jetzt einfach der einfache gut geht Ich würde sagen, länger schneller sein, weil eineinhalb Minuten halt schon echt wenig ist Eineinhalb Minuten bloß? Dann nehmen wir eindeutig Was war's? Redstone Redstone Haben wir ja eben mehr, also Ja, 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 ich weiß, 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 weiß Muss nur mehr wieder finden Ich habe gerade alle Monster getötet, die unten waren Wobei man kann natürlich auch sich einen machen für schneller Länger halten schneller und einen für doppelt schnell Nee, der Buff ist nur einmal drauf Ja, ja, ich weiß, aber nicht, dass ich Es wäre natürlich toll, wenn man dann so Der merkt, oh, der hat Schnelligkeit 2 drauf Oh, jetzt hat er plötzlich noch eine Geschwindigkeit Längere Geschwindigkeit drauf Jetzt fangen die an, sich sowieso noch gegenseitig zu töten Außer irgendein plus 20 Geschwindigkeit reicht eigentlich dicke aus Ja, ich mache mir gerade 17 Level Dann kann ich schon mal eine meiner, eine meiner Sachen Ah, kannst du kurz mir Ah, verdammt, du hast die Sachen nicht Ähm, ja gut, dann kannst du mir nicht helfen Ähm, ich will wissen, wie viel, wie viel Level ich genau brauche Um eins meiner, ähm, Sachen zusammenzukleben Ich bin übrigens bereit, ne? Boah, sag mal, Schnelligkeit für 8 Minuten Ah, ich gehe noch kurz in Endermens Ähm, bitte 2 tue ich saven In der Kiste Und den einen nehme ich mit Enderman gekillt Also wie gesagt, ich nehme den einen Eintrank mit Ich habe jetzt alles, alles hier wieder mal zerfickt Hab wieder einen Enderperter Nach 5 Endermens, einen Enderperter, Alter Und ich sag's nochmal, Inventory Tweaks wäre jetzt so richtig Alter, Gewitter Hast du gehört? Lass lieber Unterschlupf suchen Wo ist mein Haus? Stimmt, wir sind, wir sind oben nicht sicher Vor allem hier oben wird's echt laut Ja, echt? Wer ist denn, äh, hier die Stadt im Himmel? So, ich mach mal einfach noch kurz einen, einen kleinen rüber Alter, hier kann man mega gut leveln, ey Ich hör dich nicht mehr so laut, ist der Scheiß Krass Ne, ich hab bei mir ins Haut immer leiser gestellt Ah, es sieht krank aus Oh, warte mal, ich hab hier gar nicht die maximale Chunkreichweite Ich hab hier nur 6 Chunks gehabt vorher, was? Alter Jetzt erblicke ich auf einmal die ganze Welt Sieht mega schlimm aus oben Also Richtung, Richtung Himmel Der Himmel, der leuchtet auf die ganze Zeit Ja, komm Ich kenn noch ein paar, ein paar Zocken Okay, das ist ein Bild für die Ewigkeit Ich sehe 3 Creeper mit 3 unterschiedlichen Farben Alter, oben Am Rand der Insel stehen Im Synchronen Ernsthaft? Ja Sind es, sind es, ähm, spezielle Creeper? Nein Achso, du hast dann wegen Texture Pack Ja Okay, ja, ich komm mal, ich komm mal nach oben Und danach können wir auch losgehen Ich hab jetzt eben 18 Level gemacht, ne? Ich hab Angst, ich brauch mir einen Unterschlupf Achso, wegen Blitz, ne? Ja Ich steh ja unter dem Ding, ne? Wir sind ja direkt drunter, ungefähr Ja, Alter Noch nie ist, noch nie ist Gewitter so krass gesehen Oder mitgekriegt Vor allem nicht in Minecraft Nee, also überhaupt Nicht so krass So, ich bin da Creeper Wo waren die? Hier hinten bin ich In meiner Hütte So, jetzt klebe ich kurz zwei Sachen zusammen Da hinten, äh, standen sie Jetzt sind sie weg Ah, okay Ja, egal Also ich hab jetzt die Hühnerfarme Bissl Aaaaaah Ja, meine Rüstung mit Haltbarkeit und Schutz Weißt du was? Was? Nein, nicht Grafik Sound Wetter Null Ein Prozent Wetter Ah, ich hab jetzt wieder ein wenig Stuff Moment Sag ja nicht, dass hier gewittert bellt mein Hund Hm Nice Herzgeruch Ey So komm, ich würd sagen, wir machen die Scheiße jetzt noch und danach bauen wir einfach, aber fangen wir mal an zu bauen mit dem, ähm Okay Dem, was wir machen wollen Äh, dann, ich leg mal dein Schwert rein, ne Meins, äh, dann ist mein Schwert Rüstung Oh, jetzt ist's weg Ich zieh meine Porno, meine Porno-Rüstung an Jan ist weg Ja Und ich find's immer noch lustig Tiberius ist in den Strill, aber Black Laser nicht mehr Ist Jan ganz weg? Ne, der ist erst noch da Ne, sie, oder? Ne, Jan ist noch da Äh, Jan ist, äh, Jan ist weg Jan ist noch da im Chat, aber Kalli ist nicht mehr da Ja, aber so ein Teil weg Kalli ist nicht mehr da, das ist gut Ja Ich bin mega dafür, dass wir, dass wir Kubi mit, ähm, mit Tränken rapen Mit was für welchen? Obwohl, ne, wir wollen lieber keinen, wir wollen lieber keinen Stress anfangen Nein, 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 keine Stress Weißt du, wenn wir schon mal Ruhe haben Wir wollen nur uns immunisieren Wenn wir schon mal Ruhe haben Für die Beklagung mit den Diamanten Mit dem, äh, dass du das Lager weggesprengt hast Das ist eine andere Geschichte Alter, lass es bringen Wir legen, wir nehmen eine Truhe mit Und legen die Truhe in Tiberius sein altes Haus Und sagen wir, dass wir die ganze Zeit, dass wir gerade vorbeigelaufen sind Ah, genau, dann soll ich die, eine, äh, äh Ich hab ne Truhe dabei Okay, aber dann nehm ich die Diamanten direkt mit Mach dich auch dann unsichtbar Ach, hier ist noch ein Werfeuertrank des Schadens Also ich hab insgesamt sechs werfeuertränke des Schadens Bei Schnelligkeiten, Schwächertrank Ach, hier hab sogar noch einen Giftdrank mehr als gedacht Ich nehm auch mal einen unsichtbar Alter, hast du Unsichtbarkeitsdränke gehortet Ich nehm auch mal einen mit, ähm Ich hab zwei Unsichtbarkeitsdränke Und zwei Schnelligkeitsdränke Willst du auch einen? Ne, ne, ach so Und Geschwindigkeitsdrank? Ja, komm, den kann man geben So Liegt in deiner Chest Also du hast die Kiste dabei Ich hab die Dias dabei Komm, los geht's Ja, ich nehm auch grad ein paar Karotten Und dann schauen wir noch bei denen vorbei Warte, ich nehm Schilder mit Ähm, ich nehm kurz Schilder mit Um zu schreiben, okay? Oder gern? So Tiberius Personal Stuff Nichts weitersagen Ich versuch grad im Wasser an einer Stelle zu schwimmen Ich nehm, ich nehm jetzt schon mal einen Trankengeschwindigkeitsdrank So Bin auch wieder Also auf geht's Fuii Ähm, ich bin unbewaffnet, komplett unbewaffnet Also Ich hab mal mein Schwert Ja, du musst wenn möglich also mich beschützen Soll ich Unsichtbarkeitsdränke schlürfen? Haha Ich wurde nicht von der Witch getroffen Doch, wurde ich Mist Ja gut Gift hat sich dann gehalten Mini-Zombie! Mini-Zombie! Wo das denn? Ah ne Ja, lauf! Ja, lauf! Haha Miau Oh, scheiße Ähm, du musst ein bisschen vorauslaufen Ja Wuhuuu Ist wieder da Leider Wobei, die würden dann irgendwann wahrscheinlich wieder mit den Argumenten daherkommen Ja, der ist nuller mal an denen vorbeigekommen Aber ich hab denen auch schon gesagt Ich bin schon so oft an der Bude vorbeigegangen Äh, ohne dass die mich mitbemerkt haben Ey, das ist offiziell kein Pam Bam Entweder sie ist wieder da Oder sie ist weg Bam Vielleicht das Sie wurde wegexplodiert Achso Moment Wurde wegexplodiert Und TNT Diese Kombination Ja, oder Nein, 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 nein Nicht draußen Nein Der ist so, ja, hier irgendwo hin So, hier Ob sie sind einbrauen Hier da Ja Lol Ist die noch da bei dir? Hm? Ist die Kiste noch da bei dir? Ich bin hier Neben dir Ja gut, bei mir ist die Kiste Weg WTF Äh, ich kann nicht reinjoinen Connection Furtelt Please wait before reconnecting Ah, jetzt komm ich wieder rein Ah, jetzt Nein, Kiste ist nicht da Ja, jetzt müsste sie ankommen Ach, du hast sie wieder Ähm Ja, die Wurde irgendwie nicht gelegt Oh Gut, also Ab zu denen mal gucken Was da so geht Äh, willst du denen noch ein Schild Imsetzen? Oh ja Ich schreibe Ich schreibe hierhin so Ähm Free Diaz Hier So, jetzt schlöpfe ich aber gleich Den Unsichtbarkeitsdrang Nur was mach ich jetzt? Wieso ist da Wirklich Wieso ist Black Laser Nicht mehr in TS drin? Weiß ich nicht Weil er keinen Bock hat Oh, ich hab die Idee Ich hab die Idee Schreib irgendwas mit Tiberius Dass es hier immer noch äh Alter Wohnsitz von Tiberius ist Sowas In feinstem Grammatik Deutsch Eben Also wirklich Feinstes Grammatik Deutsch Und da kommt ne Spinne rein Achtung Spinne Ach gut Die kommt nicht rein Weil Dach ist doch noch irgendwie Zu dicht für die Äh Mach so alte Tiber-Residenz von Tiberius und Black Laser Ich schreib grad hin Oh von Blacky Ich mach von Blacky Ne von Oh ja Ich mach von Tiberius Gute Blacky eigentlich Kurzzeitig mal angezeigt Auf dem Map Ups Äh Weiß ich nicht Ich hab's leider nie Nicht gesehen Ich glaub aber nicht Äh Warte Altes Haus von Blacky Naja nicht Blacky Black Laser Da musst du schon schreiben Weil Blacky Dann fällt's auf Heiß Gruß Nummer 2 Vom Du bist echt Voll innovativ Also ich schlürf jetzt Den Unsichtbarkeitsdrank Jo Ich schreib kurz hin Hier so Ich bin jetzt unsichtbar Guck dir mal an Three Dias Fallen in Richtung Ja Wenn seine Freundin echt draufgegangen ist Dann geh ich jetzt Moment 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 Ich wollte dir die Kiste noch zeigen Falls du die mal auf den Sack gehen Und du irgendwas machen willst Das war nicht ich Ja das ist die Witch Ich muss eigentlich fast Hiehst du die Kiste Sieht man das wenn ich Schaden nehme Nee Aber Hier haben wir noch Circa 147 Schnelligkeit Guck mal Guck mal hier Ja ja ich hab schon gesehen Was ist da drin Ein Feuerzeug Okay Okay nur ein Feuerzeug Okay